Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon DX. Ja, im letzten Part haben wir hier die verlassene Insel schon mal ein bisschen angefangen zu erkunden. Und ja, heute wollen wir sie natürlich beenden. Und ich entdecke ein Psy... Psyana? Amushas ist dauernd. Ja. So. Wehe, Mushas besiegt jetzt dieses Psyana. Wollte ich schon mal sagen. Nein, jetzt hört auf. Ich will das Psyana killen. Ist doch alles behindert. Obwohl, ich riskiere es mal. Bam! So, wir sind erst mal wieder geheilt. Nein, Kani Mani aus. Warum darf ich jetzt nicht wieder angreifen? Das hast du wegen dem Hyperstrahlen, ne? Oh Gott. So, jetzt aber. Bam! Schade. Mir war es halt wichtig, dass wir angreifen, da die Chance sonst nicht besteht, dass sich Psyana uns anschließt. Was ist das denn Pokémon? Ein paar Timos aus. und natürlich fängt es an zu regnen lady bars und hier geht es weiter jawohl wir wollen weitergehen ein karpador als auf ihr das holen wir uns natürlich ne so somplex du gehst mal bitte nach hinten es dringelt sich natürlich wieder vor war ja klar die treppe haben wir schon mal gefunden aber noch kein noch kein karpador level 51 auf jeden fall fügt allen pokémon im raum außer dem anwender zu auch wenn diese attacke und ja es hat wieder so wie er eben ach komm holen wir surfer weg fände ich zwar bisschen schade aber was willst du machen karpador wir kommen zu deiner rettung von mir aus hätte es auch ein goldenes karpador sein können karpador und mobile eins zwei drei vier pokémon ja ich bin einfach zu blöd dafür elektrik haben wir auch komplett schon somplex und du gehst jetzt mal bitte nach hinten dankeschön ja wieso brauchen wir noch wir sehen hier haben wir aber schon äh sommerbox top etta hier ja möchtest du weiter jawohl ja 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 Oh, und mehrere haben wir auch noch nicht. Ich habe zwar drei Azumarils, aber als ob Kani-Mani-Down ist nach 80 Kp. Nein, Hubbelow, dich haben wir schon, dich brauchen wir nicht. Möchtest du weitergehen? Jawohl, verlassene Insel U11. Oh, ein Traumagil. Hallo, Traumagil. Dich brauchen wir auf jeden Fall noch. Jawohl. Ja, ist klar. Ein Pokémon können wir noch mitnehmen. Ein Watti. Oh, ein Watti. Damit hätten wir unsere fünf Pokémon. Jetzt müssen wir halt nur noch drei Ebenen, oder? Ja, drei Ebenen. Tut mir leid, Meryl. Wir haben leider schon den ganzen Platz voll. Rechts, links. Gehen wir mal rechts lang. Das war ein Fehler. Nein. Gucken wir mal unten. Ja. Hier geht's weiter. U12. Und, das sieht gut aus. Was haben wir denn hier schon jetzt für einen TM? Trugschlag, okay. Das war's. Alles klar. Möchtest du weitergehen? Jawohl. Steinhardel. Ach. Kappador. Kappador. Ja, das war. Ich will nochmal ein paar Sachen ablegen und dann können wir den in den nächsten Dungeons schon aufbrechen. Ich kann nochmal ein paar Äpfel holen. Drei Stück. Und Belebersamen. Ja, wir haben auch nochmal zwei Stück mit, damit wir da auf jeden Fall genug haben. Schauen wir mal, welchen Dungeon wir als nächstes betreten. E15 Nachtruine, U19 Kaskadenteich, weites Meer. Welche wollen wir anfangen? Ach komm mal, nehmen wir die Nachtlichtruine. Ja moin, alles klar. Ist das Gift? Sieht so aus, ne? Aber auch heftig, wenn du hier nur mit Gift-Pokémon oder Schwebe-Pokémon reingehen kannst. Ich habe das Nebula fast nicht erkannt. Ich habe das Nebula fast nicht erkannt. Ein Ninjatom, ja, ist klar. Als ob. Ja, natürlich. Okay, die hat getroffen, warum auch immer. Vielleicht, ach, wie war das denn? Ich kann mich noch an den Eintrag erinnern, aber vielleicht treffen, sind nur physische Attacken möglich? Ich weiß es nicht. Hier ist schon wieder ein Ninjatom. Ich will das aber haben, das Ninjatom. Schade. Keine Ahnung, was das war. So, auf jeden Fall abwarten wir, Schuppert. Das wird nicht einfach. Zumindest die Ninjatoms werden nicht einfach werden. Aber erstmal haben wir noch ein Level abbekommen. Emilia, okay, Level 50. Blizzards. Wartet Ninjatoms, wartet. Nein, was ist das? Blizzards. Ich will diese Ninjatoms haben. Ich hoffe, das hat eine Wirkung. Aber Hyperstra... Ah, okay. Ah, das Ninjatom haut ab. Ah, super. Ich will mal Erdbeben. Okay. Möchtest du weitergehen? Jawohl. Nachtlichtruine U4. Alles klar. Auf Wiedersehen. Als ob die Schupperts durchhalten. Das ist so lächerlich. Das Ninjatom haut es schon wieder ab. Na, hier. Nein, ein Zubi, das ist was geht ab. Ja, natürlich. Alles klar. Abfahrt. Oh man, ich will Ninjatom haben. Wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit richtig gering oder so. Und Zubi, das müssen wir auch. Versuchen wir uns auch zu holen. Ah, wo ist dieses Zubi Riss hin? Das ist glaube ich die Megaentwicklung. Ich weiß es nicht. Zubi Riss, wo bist du? Wer hat mich wahrscheinlich wieder One-Hitten können. Genauso wie in Owei. Ich frage mich auch, welche Level die hier sind. Also, wenn die über 100 HP haben, ist es schon heftig. 46. Schuppert, glaube ich, 46. Ach komm, nehmen wir mal mit. Weil dann müssen wir nicht so lange auf das andere Barnett warten. Danke, JaimX. Ich hoffe, JaimX für deinen Follower. Ich kann mal ein bisschen leiser machen. Also so. Eine Zinulbeere raus. Und wir brauchen erstmal einen Perfe... Oder einen Apfel. Oder haben wir noch einen Perfekten Apfel? Ja, hier. Und einmal ein Top-Eta. Für die Blizzard-Attacke. Ich will Zubi Riss finden. Die haben das doch nicht umsonst angezeigt. Zubi Riss muss... Da ist es. Da ist es! Na, schade. Es kommt nicht mit. Okay. Aber ein Versuch war es wert. Ich weiß nicht, ob es selten ist oder so. Oh, ein Tragosso. Das arme Ding. 48, Alter. Möchtest du weitergehen? Jawohl. U-6. Oh, schon wieder Ninjaturm. Komm her! Ja, so ist brav. Aber ich werde wahrscheinlich ein Dings brauchen. Ich weiß, dass Ninjaturm auch eigentlich nur einmal eine KP hat. Aber... Ich brauche ein Top-Elixier. Hier. Es läuft schon wieder weg. So, jetzt aber! Wieder kein Glück gehabt. Oh, anscheinend ist Zubi Riss dann doch nicht so selten. Keine Ahnung. Oh, dann geht's. Oh, das geht. Okay. Oh, das geht. Oh, das geht. Ich will dieses Barnett haben. Doch, das müsste die Mega-Entwicklung sein. Komm her, Barnett. Wo bist du? Ich weiß nicht, ob es nur bei denen ist, oder? Doch, hier war Barnett. Da war ja dieses schlafende Traumagil. Aber hier ist auch ein schlafendes. Oh, ein Rätselhaus. So eins habe ich auf Screen gefunden und dann habe ich Portogel bekommen. Ein paar andere Sachen waren noch drin. Habe ich einen Versteinerungsorb? Das war eigentlich ganz praktisch jetzt. Fliehorb. Ne, leider nicht. Da ist es, da ist es, da ist es. Fliehorb. Noch ein Blizzard. Schade. Okay, dann nicht. War nett. Aber wir können, ähm, Tragosse mal eine Sinelbeere geben. Weiter geht's. Oh, ein Ninja-Turm. Komm her. Ja, das wird wahrscheinlich auch ein Ninja-Turm sein. Ja, so ist es. Bleib hier. Wo willst du hin? Ich frage mich, ob man dieses Pokémon überhaupt bekommen kann. Ich vermute mal schon, aber... Wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Okay, hier scheint es nur mittlere Räume anscheinend zu geben. Ja. Die Ebene ist aber schon heftig groß. Oh, ein Barnett. Ah, schade. Und ein Zubi-Riss. Hallöchen. Ja, schade. Und hier ist die Treppe, okay, hier geht's weiter, möchtest du weitergehen, jawohl, U8, ist das unser Zubius? Nein, oh ja, alles klar, ähm, keine Ahnung, was grad abgeht, hallo, Barnett, willst du uns dich nicht anschließen? Man kann die Schupe halt nämlich gehen lassen. Blizzard! Ah, das ist das Alpollo, ne? Ja. Da sollte es aber down sein. Ja. Aber es will leider nicht mitkommen. Da ist unser schönes Zubius. Die sind wahrscheinlich dann nur stärker oder so. Ja, anscheinend. Aber unser Fionontor sollte das nicht aufhalten. Gut. Und da ist die nächste. Ja. 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 Was zum Teufel war das? Julia, wo bist du? Nein Ich weiß halt nicht, wie viele Mini-Bläber-Samen ich habe Ich sollte eigentlich noch einige haben Aber es ist down, okay Emilia, hilf mir Danke dir Oh, wieder ein Ninja-Turm Verdammt Das hat ja keine Wirkung Ich vergaß es Einmal ein Top-Elixier So, 4 und non-power So, jetzt aber Da kommt schon die Ninja-Turm Leider nicht Nehmen wir nochmal einen großen Apfel zu uns So Ich hoffe das reicht aus Jo, sieht gut aus Aber vorsichtshalber geben wir Schubert meine Sinebere Ein Alpollo Hallo Alpollo Und da unten geht's weiter Nice So, dann danke ich euch fürs Reitern Ihr könnt gerne ein Abo Und einen Kommentar lassen Wir sehen uns im nächsten Part wieder Bis dann